Rosa Luxemburg, 1871 geboren und 1919 ermordet. Sie verbrachte fünf Jahre in verschiedenen Gefängnissen und schrieb von dort aus Briefe. 2. Mai 1917 aus der Festung Wronke an Sophie Liebknecht. Was ich lese, hauptsächlich Naturwissenschaftliches, Pflanzengeografie und Tiergeografie. Gestern las ich gerade über die Ursache des Schwindens der Singvögel in Deutschland. Es ist die zunehmende rationelle Forstkultur, Gartenkultur und der Ackerbau, die ihnen alle natürlichen Nist- und Nahrungsbedingungen, hohle Bäume, Ödland, Gestrüpp, welkes Laub auf dem Gartenboden, Schritt für Schritt vernichten. Mir war es so sehr weh, als ich das las, dass ich weinen musste. Ich erinnerte mich an ein russisches Buch über den Untergang der Rothäute in Nordamerika. Sie werden genauso Schritt für Schritt durch die Kulturmenschen von ihrem Boden verdrängt und einem stillen, grausamen Untergang preisgegeben. Ich habe das manchmal, das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt. Innerlich fühle ich in so einem Stückchen Garten viel mehr in meiner Heimat als auf einem Parteitag. Sie werden nicht gleich Verrat an Sozialismus wittern. Sie wissen, ich werde trotzdem auf dem Posten sterben, in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Gefängnis Breslau, Mitte Dezember 1917 an Sophie Liebknecht Ach, Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt, auf dem Hof, wo ich spaziere. Kommen oft Wagen vom Militär, vollgepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und Hemden, oft mit Blutflecken. Die werden hier abgeladen und in den Zellen verteilt, gepflegt und dann wieder aufgeladen und ans Militär geliefert. Neulich kam so ein Wagen, bespannt, statt mit Pferden mit Büffeln. Sie stammen aus Rumänien und sind Kriegstrophäen. Die Soldaten, die den Wagen führen, erzählen, dass es sehr mühsam war, diese Tiere zu fangen und zum Lastdienst zu benutzen. Sie werden schonungslos ausgenutzt, geschlagen, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstieles loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eins blutete. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still. Das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, und das Tier blickte mich an und mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leib zuckte. Wie weit, wie unerreichbar verloren die freien, saftigen, grünen Weiden Rumäniens. Wie anders scheint dort die Sonne, blies der Wind, wie anders waren die schönen Laute oder das melodische Rufen der Hirten. Und mir diese fremde, schaurige Stadt, der stumpfe Stall, das ekelerregende, muffige Heu mit faulem Stroh gemischt, die fremden, furchtbaren Menschen und die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt. Oh, mein armer Büffel, mein armer geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumpf und sind uns nur eins, im Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. Dabei tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den Wagen, luden schwere Säcke ab und schleppten sie ins Haus. Der Soldat aber streckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020